Wo ist unser Hormit? Ich glaube, als sie uns gefangen haben, konnte er sich davon stehlen. Ich sag dir, was passiert ist. Meister Beutlin hat die Gelegenheit erkannt und sie ergriffen. Nein, wir werden unseren Hobbit nicht wiedersehen. Er ist fort schon längst. Nein, ist er nicht. Will Probeutlin. Wie bist du an den Orks vorbeigekommen? Gute Frage. Was spielt das für eine Rolle? Er ist wieder hier. Ja, Ende gut. Alles gut, würde ich sagen. Ähm, oh. Ich dachte gerade schon, zu dir war es die letzte Folge. Wie vorerst der war das? Ein Bruchtal. Das war ein schöner Anfang. Ja. Das war ein Bruchtal. Gute. Was geht, Pfanne? Entschweier! Lauf! 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 So! Ah! So ein Level wieder! Okay! Wow! Das lässt sich so krass lenken! Unfassbar! So! Schön paar gems sammeln! Oh ja! Oh! Das hat sich gelohnt! Ja! Sehr schön! Ja, alles hier schön sammeln. Wunderbar. Ich hab alles eingesammelt, was geht. Okay, ein bisschen da hoch. Mal schauen, wie. Ah. Gut, das kann ich nicht. Weg da. Kusch dich, Junge. Kusch, kusch. Seriously? Wow, das ist ihm zu dunkel. So, ja. Kann ich irgendwas... Ah, hier. Ne? Habe ich den Dude? Ne, habe ich gar nicht. Ja, dann geht's nicht. Was kann der bitte machen? LOL. Ah, yo, ist eine neue Fähigkeit von dem Dude. Ja, moin. Bilbo kann jetzt den Ring einfach aufstreifen. WTF. Wozu ist das jetzt gut? So. Ah, du holst ihn jetzt mal kurz. Ja, nimm. Danke. Und rein da. Ähm. Ja, komm. Der Bommel da noch ein bisschen wahr. So. Nein. Och, Junge, du bist auch echt selten dämlich. Oh. Der Bommel da noch nicht so ewig lange. So. Oh Gott. Ja, richtigen Typ genommen. Sehr schön. Was ich mit dem Cashel soll, weiß ich aber nach wie vor nicht. Hm, habe ich Kili? Ne, auch nicht, ne? Guck mir. Mach kein Auge, der Digi. Mal schauen, was ich so machen kann. Das Level ist ein bisschen seltsam bisher. Ah, okay. Nein. Oh Gott, Junge. Gott sei Dank gibt es keinen Fallschaden. Hä? Wie? Ah. Über Umwege, okay. So, ja. Okay, was hat das jetzt gebracht? Ah, also wir weit hoch können. Ja, ja. Ja, ja. So. So, place ich da hin. Sehr schön. Reicht es schon, ne? Okay, reicht schon. Als wollten sie es, dass sie an den Rand da fallen, ne? Oh, ja. Ja, einen haben wir. Den noch. Wer bin ich eigentlich? Oh, ich bin der Alte. Ja. Sehr schön, haben wir alle. Noch einen hin- herwerfen. Viel Spaß, Jungs. Oh, yes. Ah, nochmal vier. So, einfach ein bisschen spammen. Ja. Da noch einen hin. Wunderbar. Noch einen, der war ein bisschen ungenau. So. Jawohl. Dann hätten wir ihn. Arzak. Du, er gibt mir jetzt. Okay. Vamos. Komm her, Arzak. Komm her, du süßer. Oh. Nee, komm, ich will eigentlich schon mit Turin fighten, weil das eigentlich Turins Gegner so. Ja. Ja, sehr schön. Komm, klopft nochmal drauf, schön. Wunderbar. Bin es irgendwas da nicht auf den einen kloppe? Ich glaube nicht. Mach ich den anscheinend zumindest. Nee, nicht wirklich. Ich bin glaube, ich will jetzt ein paar Ors hier killen. Oh. So, jetzt. B, ja. Ja. Zack. Das ist so cool mit diesem Kampfsystem. Mir gefällt das richtig gut. Oh, armer Warg ist hier am Boden, ne? Tut mir echt richtig leid, Junge. Wirklich übertrieben. Kann ich irgendwie hoch zu ihm, oder muss ich warten, bis er runterkommt? Vielleicht muss ich warten, oder? Ah, es sieht irgendwie so aus. Kein Org kann sich killen, aber das Feuer schon. So. Nochmal fighten. So, und nochmal drauf. Okay, ja. 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 Oke. Ja. Okay, noch vier auskillen, entspannt. Also, ich kann Waag reiten. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott, ist das cool. Okay, nochmal fünf Stück. Alter, das ist mega sick, ne? Auch nice, dass die einfach mir gehorchen so, obwohl ich gar nicht den hierher bin. Die lassen sich einfach von jedem reiten, die sind da relativ flexibel. Oh. Ja, komm. Jetzt haust du den Wacken aufs Maul, Junge, komm. Jawohl, noch eine Stelle rechts. Ah, das war links, aber passt auch. So, jetzt. Komm, finish him. Also, Bilbo. Komm, ordentlich im Kinnhaken. Hm. Sehr schön, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne eine positive Überleitung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, haut rein!